Also Leute, bevor ich hier nochmal in den Wald gehe, und das hier, das ist ja gerade los. Wir sind in dieser Familie mit Kindern unterwegs und wie früher mitten im Bach unterwegs. Und jetzt regnet, jetzt gehen wir nach Hause. Also wir wollten uns das gerade schön machen und es funktioniert halt nicht. Aber es ist Wahnsinn. Also ein Teil der Kinder hat Spaß und natürlich wie es ist, ein Teil hat Angst. Und naja, wir waren gerade oben auf den Klippen. Wir wohnen zu einer Klippen und jetzt ist es doch besser, dass wir mal runter gehen. Ich bin jetzt die anderen nicht, weil ich nicht weiß, wer alles davon ins Bild möchte. Aber, ja. Flitschlass. Toll. Ein sehr kurzer Ausflug mit Freunden. Hit zu Ende. Und jetzt fahren wir dann doch alle nach Hause. Wir wollten auch so schön baden gehen heute und so. Aber egal. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Scheißwandern. Da hat einer keine Lust mehr. Einer hat auch besonders Bock. Der Malik. 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 Schau. Malik. 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 bei der Schutzhütte. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und einmal habe ich mir jetzt gedacht. Ach, blöd. Scheiße. Du brauchst mal keine schnell trocknende Hose. Und gehst normal mit einer kurzen Hose raus. Und, genau. Jetzt ist halt, ähm, ja. Schöne Grüße geht raus. Das ist auch immer wieder schön. Wobei, ich muss euch gestehen, das habe ich seit sehr langer Zeit nicht mehr gehabt. So, in die Richtung. Also, da war ich, glaube ich, das letzte Mal, dass ich in so ein Unwetter kam. Ich habe, glaube ich, auch sogar noch ein Kind, dass ich ja nach Hause musste. Also, dass ich so nass geworden bin. Meistens war ich sonst schon immer irgendwo überdacht oder sowas. Unterm Tarp. Und jetzt kommt die Sonne aber schon wieder raus. Habe ich. Wirklich schön.